Je grösser die Schwierigkeiten und die Probleme, desto grösser sind die... Wenn wir wieder mal sehr herausgefordert sind, wenn wir Schwierigkeiten haben, wenn es Situationen gibt, die uns so jetzt gar nicht gefallen, wenn von außen Dinge passieren und wir sind komplett überfordert. Jede Medaille hat immer zwei Seiten. Die eine Seite ist die, die du vielleicht jetzt siehst. Okay, Schwierigkeiten, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Gottes Willen, wie soll ich das jetzt machen? Und wenn du die Medaille umdrehst, einfach die Perspektive von einer anderen Seite her nimmst, dann siehst du vielleicht, es ist Zeit, eine klare Entscheidung zu treffen. Es ist Zeit, etwas loszulassen. Es ist Zeit, auf die nächste Stufe zu gehen. Vielleicht zwingt mich das Leben jetzt durch aktive Schwierigkeiten, jetzt wirklich loszugehen. Vielleicht ist es Zeit, sich von jemandem zu lösen, zu trennen und alleine weiterzugehen. Privat oder betrieblich, beruflich. Jede Medaille hat immer zwei Seiten. Und wenn etwas passiert, dann versuch die Perspektive zu wechseln. Dreh die Medaille um und frag dich, was will mir das jetzt sagen? Und dann bekommst du sehr schnell eine Antwort von deinem Gefühl. Du weisst dann, was jetzt zu tun ist. Und dann rückblickend wirst du sagen, wie das schwierig war. Aber genau daraus habe ich meine Kraft geschöpft. Und genau daraus bin ich losgestartet. Und genau daraus habe ich meinen Fokus eingerichtet. Und genau daraus habe ich eine Entscheidung getroffen und habe alten Palast losgelassen. Und genau aus dieser einen Schwierigkeit in der Vergangenheit ist das Neue eben entstanden. Und genau das wünsche ich dir. Bis bald! Au reinein. Au reinein. counts! grande こう auch Untertitelung des ZDF, 2020